Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play James Cameron Avatar The Game. Schon lange her, dass ich den vollen Titel ausgesprochen habe, aber der ist mir einfach zu lang. Wir sind gerade auf dem Weg, um den Kommandant-Hauptmann Swartar zu finden, der die Ikran bzw. Banshee befehlt, die Menschen zurückzuhalten. Den müssen wir jetzt killen, dass die Vögel einfach nicht mehr angreifen, wa? Würde ich jetzt noch die Steuerung hinbekommen, dann wäre das perfekt. Und ich komme ja nicht lang, oder? Nö. Das heißt, wir müssen dann außen rum fahren. Oh, Mann, ey! Wir müssen durch das Gefächt. Haha. Ja, ich steige mal hier außen rum, oder was? Ach, die ist tot schon, die Pflanze. Das ist ja gut. Hier ist so ein Aktivierungsdienst rum. G-M-I aktivieren. So heißen die Dinger. Irgendwas ist hinter mir, irgendwas Dickes. Irgendwas Dickes ist hinter mir. Ach, einfach wegfahren. Ach, da ist so ein komischer Baum. Oh, an hier kann ich mich sogar noch erinnern. Äh. Ne, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt halt... Warte kurz, ich muss die Waffe wechseln. Mir war... Da wurde nämlich mir der Tipp gegeben, äh, in diesem Ladebildschirm, ich soll bei vielen Leuten den Granatwerfer benutzen. Weil der gut sein soll. Ha! Weil ich mich damit auch selber umbringen kann! Schlau! Lass mich verarschen, wenn ich fink dir hier irgendwann mal runterfallen, ne? Dann ist hier der... Oh, ich muss... Ich brauch schnell diese Proben. Aber beim nächsten Mal sind wir Game Over. Und ich will nicht, dass das passieren tut. Total, aber der macht ja jetzt auch nichts. Intro! Zwischensequenz meine ich. Lass dich direkt vor mir? Warte, fuck! Ich habe dich erwartet. Ich weiß, warum du hier bist. Ich weiß, was du getan hast. Tod. Zerstörung. Warum? Um RDA zu helfen? Sie sind schuld an Falkos Wahnsinn. Du kannst Falko stoppen. Du kannst dem Volk von Pandora helfen. Den Navi helfen. Schließ dich uns an und halte RDA auf. Und jetzt? Ach, ich muss... Ja, natürlich sind wir auf der... Auf der Ding von den Navi. Schießen sie... Ja, natürlich. Nein! Nein, das hätten wir nicht machen sollen. Nein! Fuck! Aber... Oh, nein! Ich bin so hohl. Aber ich kann es jetzt auch nicht zurück machen. Boy! Wartet mal kurz. Ich muss kurz gucken. Ähm... Ah, warte. Es gibt doch bestimmt die Spielstände. Und wenn ich da den neuesten Spielstand lösche... Und dann ist doch... Saved Games ja natürlich. Heute ist der... Hier. Hahaha! Ähm... Habe ich... Habe ich mich jetzt schon angeschlossen? Ja. Scheiße. Wir sehen uns gleich. Ich werde was ausprobieren. Und bis dann! So, Leute. Hier bin ich wieder. Ich habe es hinbekommen, dass wir wieder den alten Spielstand bekommen. Ich müsste zwar neu hierher laufen, den ganzen Weg. Aber natürlich müssen wir uns für die RDA entscheiden, weil wir ja letztes Mal schon den Navi geholfen haben. ein bisschen logisch war. Ich bleibe bei der RDL. Wenn der mich hier runter stummt, ne? Eigentlich kann ich ja den auch runter stumpfen. Alter, willst du mich verarschen? Ja, guck, ich kann den doch runter werfen. Oder lebt er da unten noch? Noll. Voll der Fail. Granate! Oder auch so. Ja. Wir bleiben bei der RDA. Wir müssen... Ich wollte ja beide Seiten zeigen. Und wenn wir jetzt auf der Menschenseite uns vorgekämpft haben, um dann den Navi zu helfen, ist doch ein bisschen unlogisch. Deswegen müssen wir natürlich den... der RDA helfen, ne? Das ist jetzt mein Flugzeuger. Flugzeuger, mein. Flugzeuger, mein. Fein. Oh yeah. Oh, ich wollte grad schön wegfliegen. Boy. Heute ist voll der erregnerische Tag. So, ich bin zurück. Ich hab den Kommandanten erlegt. Wie hieß der nochmal? Ah! Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Mann! Den haben sie es aber gezeigt, Ryder! Ihr Team könnte jetzt problemlos überwassen. Lassen wir's knallen! Ja, aber warten Sie, bis ich hier weg bin, bevor Sie alles in die Luft blasen. Das kann ich nicht versprechen! Batista heißt er. Stimmt. So, dann melden wir uns jetzt bei dem anderen Feldkommandanten. Ah, der ist ja wieder. Ich wusste doch, dass Sie im Zentrum des Sturms landen würden. Ich habe eher das Gefühl, dass der Sturm mir folgt. Quarch sagte, Sie bräuchten Hilfe. Stimmt. Es gibt ein kleines Problem bei meiner Operation. Ach ja. Welches Problem? Hätte ich nicht anders erwartet. Kukato, das ist ein geiler Name. Und der Rest ist völlig verängstigt. Schreibe ich mir mal aufs, zur Sicherheit. Ich möchte, dass Sie diesen Kerl unschädlich machen. Ich werde es versuchen. Nicht, dass ich den Namen mal wieder vergesse. Hukato. Da ist der Deckel vom Stift. Ja, wir finden Hukato. Wo ist denn da? Dohine. Der ist Dohine. Kommen wir da irgendwie schneller? Ne, da kommen wir nicht schneller hin. Schade. Flugzeug geht wann? Geht nicht. Das ist scheiße. Fahren wir halt mit dem Ding hier. Da lang? Wieder da lang fahren? Ja. Dann den linken fahren. Also hier lang. Pflanze hatte ich vorhin besiegt. Fahr schon. Boah, jetzt da räumen sie auf die ADA. Einfach durch. Alter, dass dieses Fahrzeug immer gegen alles fahren muss. Oh nein. Ja, toll. Haben sie extra schlau gemacht, dass man hier hochklettern muss. Boah, eh. Wenn ich jetzt wegen dem Navi runterfalle, ne? Wegen dem Navi runterfalle. Boah, wo ist der überhaupt? Hm. Hallo? Ich bin do. Habt ihr mich vermisst? Ah, die sind schon tot. Hallo? Schön, euch kennenzulernen. Bisschen Granate tut jedem gut, wa? Bisschen die Fälschen. Fälschen? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Liften. Bisschen die Fälschen liften. Macht jede Granate weg. Das ist sehr gut. Boah, jetzt kannst du mal... Au! Ja, toll, das macht ja nichts. Ich kann eigentlich auch hier hinten stehen bleiben und ne Flammenwürfe anmachen. Erstmal heilen. Stürb! Stürb! Jedenfalls komme ich allein und du hast hier mal deine ganze Armee hängen. Warum greift der nicht an? Lol, warum greift der nicht an? Ach, jetzt muss ich noch gegen den. Klar doch. Ich will erst Granaten wiederhaben, die sind geil. Alter, geh doch in die Granate rein, ja, so gut. Warum wehrt der sich nicht? Ah, jetzt wehrt er sich. Verschwinde. Da hat er es echt Fall gewandt und mich immer wieder betäuben tust. Da hat er wieder fertig gemacht. Ja. Äh, wieder zurücklaufen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann dort in der neuen Folge. Bis dann.